Was bedeutet der Nennwert einer Aktienanleihe? Mit der Emission einer Aktienanleihe will der Emittent ein bestimmtes Volumen, das Anleihevolumen, einnehmen. Da nun gewöhnlich nicht Einkäufer die gesamte Anleihe erwirbt, stückelt der Emittent das Volumen in kleinere Beträge. Diese nennt man Nennwert oder auch Nominalwert. Die Höhe des Nennwerts wird zum Emissionszeitpunkt festgelegt, beispielsweise 1000 Euro. Achtung, der Nennwert ist nicht gleich dem Kurswert der Aktienanleihe. Anders als der Kurs der Aktienanleihe ändert sich der Nennwert während der Laufzeit nicht. Er wird einmal festgelegt und auf ihn bezieht sich auch die Zinszahlung. Notiert der Kurs der Aktienanleihe beispielsweise bei 90 Prozent, so muss der Käufer dieser Aktienanleihe einen Nennwert von 1000 Euro vorausgesetzt 900 Euro bezahlen. Mindestens. Denn es können während der Laufzeit angefallene Stückzinsen noch hinzukommen. Wenn Sie beispielsweise eine Aktienanleihe mit einem Nennwert von 1000 Euro und einen Coupon von 7 Prozent haben und diese Aktienanleihe eine Laufzeit von 12 Monaten, so bekommen Sie am Ende der Laufzeit eine Zinszahlung von 70 Euro.